Hi, ich bin der Dominik Wetzel. Willkommen bei Stichpunkt TV mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Online. High Heels oder Sneakers? High Heels. Dein Lieblingsessen? Alles, was ich selbst koche. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Wow, was damals in der verschlossenen Türen abgegangen ist. Morgens im Bad brauche ich... einen ordentlichen Kamm. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Ich verstehe die Frage nicht. Facebook oder Instagram? Beides. Lieber für immer taub oder stumm? Am besten gar nichts, aber dann lieber taub-stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Dschungelcamp. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Geil. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Ja, eher Tagmensch. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Gin Tonic mit Gurke, Pfeffer, Abfahrt. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Wessen Gedanken würde ich gerne hören können? Von meiner Frau dir natürlich. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Äh, mit meinen ganzen Harley-Jungs. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Ja gut, das kommt drauf an, was es zu essen gibt. Vom Weiß bis Rotwein bist du über was Härteres, ne? Wie meldest du dich am Telefon? Servus. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Nee, lieber wann.